Michael, ich hatte einen Unfall. Danke, du hattest einen Unfall. Danke, Johanna. Du hattest einen Unfall und dann... Zum Beispiel. Ähm, die Polizei sind gekommen. Hm, bitte? Die Polizei sind gekommen. Die Polizei sind gekommen. Okay, ein Polizei ist gekommen. Wie bitte? Ein Polizei ist gekommen. Danke. Die Polizei ist gekommen. Nicht eine Polizei, die Polizei. Die Polizei, das ist ein Singular. Das ist ein Singular. Das ist ein Singular. Die Polizei. Mehr eine Polizei. Mehr die Polizei sind gekommen. Die Polizei ist gekommen. Polizei就是警方的意思,就是警察呢. 但是现在很多同学说,那人呢? 那个警员呢? 很多人呢? 那怎么说呢? 那你看,现在可以说, ein,就是一个的话呢,一位的话呢,就是 ein Policist ist gekommen. OK? Ein Policist ist gekommen. 那如果 zwei的话呢,那就是 zwei Policisten sind gekommen. So,你看,你看,那个 Policist,就是那个警员的意思,但是polizei,就是警方,警察的意思. 那,中国转型的意思是那个, 是警察呢? 所以,我是警察呢,就是警察的意思。 Die Polizei sind gekommen. 一定是什么,就是说警察的意思。 那,就是警察的意思。 那就是警察的意思。 一个警察的意思是非自己的意思。 sind gekommen natürlich entschuldigung natürlich gibt es auch frauen in der polizei eine polizistin zwei polizisten sind die polizistin zwei polizisten zwei polizisten zwei polizistinnen ist gekommen oder sind gekommen und eine polizei ist gekommen eine polizei ist gekommen ist falsch eine polizei ist gekommen das ist auch falsch es geht nicht die polizei die polizei die polizei ist gekommen ja ja ja